damit herzlich willkommen wir reden einmal ein bisschen über die patsche und gehen dann mal drüber gucken nach was neues kommt und ja wie die patches aussehen werden weil es wurde schon angekündigt wir kriegen zwei patches diesen monat einmal jetzt morgen und nächste also am 13 12 und am 20 12 so lost ark wunderland wollte es so ihr hört im hintergrund läuft ein bisschen die weisheit der weisen als die hauptstadt sagt ja viel suchten die weisen in waldes zuflucht dort bauten sie den turm der weisen in dem sie ihr gesamtes wissen aufbewahren jetzt müsst ihr wollt es reisen um von ihrem wissen zu profitieren durch neue kaos jans zu kämpfen einen abenteuer verlieren zu holen gegen einen neuen gebiets boss zu kämpfen und vieles mehr so dann hier sehen wir schon die weisen hier sind wir ja kurz das gift hier siebte wollte es den alvawi tower das sind die drei weisen die später für elixiere interessant werden die drei weisen sind bei den elixieren wichtig einmal ein chaotisches geschenk wächter gar 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 der meister der stürme oder wie wir noch ein paar nennen frock ist frock erwacht er ist von chaotische energie besessen und verabscheut alle lebewesen siegt ihn um maß das was zu halten also es ist neuer chaos radien dann ist er ins satz das elixiersystem ist ein neues fotos system um halt den charakter checker zu machen highly komplex das ist wirklich schwer und man muss halt dann diesen den alvawi tower gehen damit man es nicht im normalen alvawi tower kriegt man typische elixiere in dem harten kriegt man legendarie elixiere legendarie ist halt schon wie die ability stone zwischen legendarie und welches erstmal mehr punkte kriegen könnte das ist das gleiche du kriegst halt mehr punkte das ist ein punktesystem das ist ein zusätzliches set system und es ist mega fucking gold sink aber werde ich mehr zu erzählen ich kann dazu mal video machen werde ich mal so weit bin mit dem überhaupt genau dann wir kriegen neue skins und wir kriegen einen neuen event sobald ich weiß auch mal einen neuen pass und dann gibt es hier noch so ein unartig artig laborant genau einkaufssaison ist da es gibt wohl ein neues kind zu kaufen neue pets zu kaufen whatever gehen wir mal hier rein genau die sauer gehen morgen online um 9 uhr wird voraussicht fünf stunden dauern das heißt 9 bis 15 14 uhr mit einem neuen kontinent voll das ein wächter wird freitags event und es gibt eine prüfung so eine arena saison nachstehen findet ihr folgenden inhalte bla 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 genau kontinent voll das ist ein neuer kontinent für die meines gegenstand für die für die mindestens gegenstand stufe 15 20 erforderlich ist also das müsst ihr überhaupt erreichen um um da hinzukommen der regel ist mal durch der kontinent voll das ist das land der weisen und alchemie in ihnen liegt die prachtvolle stadt carina an der mündung des flusses rivera die stadt ist mit voller leben ist immer voller leben da besucher den rater hoch angesehenen weisen ersuchen die stadt selbst bietet eine fantastische aussicht und ist voller niedlicher homunculi die unterwegs sind um überwohner besorgung zu erledigen weil es ist heimat der weisen die viele geheimnisse rund um alchemie den körper und den geist erkunden sie werden hoch angesehen für ihr namens wissen und ihre mächte da die chaoswächter zurückkehren wird ihre unterstützung im kommenden krieg mehr als hilfreich sein außerhalb der stadt ist ein großes teil das können ganz voller riesenbäume alle teile des großen regenwaldes im regenwald liegen viele gamle verborgen mit wechtigen monstern die in den schatten lauern die spieler können hilfe von raja dem volk der wahl des alten um den turm der weisen zu betreten und das eine der geschichte zu erreichen so wichtig ist hier um hier hinzukommen hier brauchte ich nur mindest gegensatz schufe 15 20 ihr müsst auch plekia gespielt haben genau hier steht es noch um wolltest du erleben müssen die spieler die gegensatz schufe 20 errechnen und als voraussetzung die folgende quest abschließend plekia weltquests zwielichtüge und wollte das auftakt quest wiege des der zerschmetterten see wenn ich nicht kurz auf die ich will kurz die e angb version haben damit man auch die noch nicht gemacht habt solltet ihr die machen danach müssen sie die kristallinale stadt dabei ist im hafen von makar bohr in wollte sagen also gehst du mal hin und nimmst hier sind geschichte endet ist und können spieler ihre folgenden des abenteuers sowie eine kurze reihe in epilogue quest abschließend das besondere führt wollte es einem neuen gebietsbos ein takus hospital 60 und dann richten scena kehrson ich wollte es erhält außerdem einen ratgeber und das aufgaben und quest für wollte es mit beziehungs an mcs mpcs beziehungs gehen mit den schiffen abenteuer zu verhindern erinnerungen neue sammlung von handwerkskriegenständen 3 neue e-mails 27 neue folge 7 neue tippel 13 neue kartensets mit 5 neuen katalogsets 9 kreak box leader wollte es festungsvorschung karten also um hier die schwarz karten herzustellen er wollte es wissen sonst wer es muss man das muss gehen reisende handelsschiffe dann hier auch einen neuen händler entgegen inhalte erscheinen am 20 so wollte es ja zum beispiel geht erst im 20 erscheinen sie meine wochen lang wurde es erforscht hat neue bedrohungen wie wichter karte und gebietsbos takus begegner sein und für das mehrton mit dann zwanzigsten welt einmal der apodantischen ich meinstum zusammen mit elixier und hat mich der gern dritten gagabell richter rechte der mächtige wächter das letzte kontrollieren kann und vor lange zeit auf die schlacht des großen krieges bestimmt ist genau also im endeffekt ist der zweite schuf zweiter rechte erläuterung halt die sona will mit 16 10 brauchte dafür und ich dann eine neue karte also diese das ist eine komplett neue map wo wir darauf spielen so nicht auf der map die haben wir getan oder so sein es kommt ein blatt eigenes gebiet sowie an umat an sein eigenes gebiet hatte wir können wir kriegen den ganz normalen scheiß auch gelbent ist auch wieder dabei neue erfolge neue karte kartenzeit und generell er halt mehr wie worts materialien als sondern wir prüfen saison 4 pvp saison 4 es gibt verschiedene ringe ich kann dazu nicht viel sagen ich habe pvp wirklich null ahnung pvp am anfang mal gespielt 1-2 mal aber nein events in diesem update gehen die eventwächter rates zu ende also die dann heute auf wir sind heute letzter tag also wenn ihr noch welche habt wenn ihr noch diese dinge habt dann tauscht die einen für gold weil die werden euch nichts verbringend morgen also was das tägliche spielzeit lösung werden mit diesem update für einen weiteren monat also die hier oben die gibt es weiterhin für einen weiteren monat steht zwar nur bis zum 13 zwölften das wird aber erweitert genau dann gibt es einmal die insel die wänden sind eigentlich immer ziemlich geil es gibt neues saisonal das event war sind sie ja auch artig dann findet ihr aus während er ist unartig artig glaube und auf der freya insel durchquert um eure belohung zu holen ihr könnt zu jeder graden stunde also 14 uhr 16 uhr 18 uhr 20 uhr 20 uhr vier uhr zwei uhr vier uhr sechs uhr acht uhr zehn uhr zwölf uhr blablabla könnt ihr ja schon einmal pro grater pro tag teilnehmen durch den bezwingen von kassel und richter marken verdienen also das was du jetzt die marken von der freya insel können im windladen eingesetzt werden in ihm ist eine vielzahl wertvolle gegensteuerung zum vater ich denke mal im groben jetzt wahrscheinlich das gleiche sein wie hier upgrade materialien upgrade bücher und skins wahrscheinlich c3 c3 also die freya insel wird bis zum fahrer folgende aktivitäten werden im januar kommen ab jetzt im shop genau es gibt lasse ich mit zwei speziellen von den feiertagen inspirierten sammlung kosmetische wir gehen schon auf die feiertage einstellen so wir haben einmal die star galaxy skins wir sehen wie weiß es nicht warum man star galaxy winter skins hat aber auch nicht mal so schlecht ich werde ab und zu mal wieder aussehen ja finde ich ich weiß nicht ob das jetzt gab wir sind gleich wieder raus oder was mich gerade stört und krieg das kleine mädchen hotpants die händen da ich gucke immer weil es besser ist drauf als neues mount besonder war wahrscheinlich ein patch die rober ja ich wollte als ziel ein ganz süß wenn ich die umsonst kriegen würde wenn ich nicht die mounds würde ich mir nicht kaufen die mädchen sind eigentlich ganz cool aus wenn ich jetzt hatte ich auch in schwarz und roh und schwarz und weiß wie immer instrument skins das ist okay what the fuck warum sehe ich ein jeep und ein zelt wallpaper und dann gibt es die die wir wahrscheinlich umsonst geben also eben durch den event durchs event okay wir werden immer wieder das sind die martial arts sexy weihnachten mal was ich hoffe die bildung sind besser als die von dem alten art pass bei der alten das war echt doch die spieler kommission abschließend um 38 stufen zu holen also wie immer bei jedem erreichen der schule wegen neuen belohnen freigestalten und verdienter regular kostlos und wird eine vielzahl hilfreicher belohung also wie immer eigentlich wenn du mehr haben willst kostet entweder den ersten markt wenn du mehr material haben willst den ersten markt mit diesem premium wenn du da noch skin haben willst das ist ein wallpaper er ist wie immer das gleiche lassen wir diese premium super premium klassen werden bis zum 7 februar ein tausch gegen kündig was soll er hätte ich sein also auch nur echt geld die spieler können bis zum 28 euro bei allen der ihren erfahrungspunkte belohnen verdienen also bis zum 7 kaufbau und das event geht bis zum 28 maximal die skins sehen wie folgt aus ok gucken wir uns mal an wie schloss in mit dem rot wenig besser ich finde auch die sogar besser die will ich nicht mehr effekt will ich denn ich will die weißen federn ich will weiß und schwarz es würde mein soli zu bekommen weiß würde meine art gut allgemeine update ist maximal obergrenze erhöht und belohnt für mokokosa am weltbohrnblätter um den schaden mehr als bei mir dann ist eben und ebenholzwürfel ist da der veröffentlich von waldes werden die inhalte bei den spiel legendäre kartenpakete 2 halten und durch legendäre kartenpakete 3 ersetzt heißt man kriegt jetzt legen der paket 3 was er jetzt anders drin ist erwecken fähigkeiten erfordern nicht mehr hier hier schaut sind weg ich bin so glücklich den namens geht schon wieder aufgrund der geänderten verwendung in chaos scherbe scherben die nach 102 tagen von einem mc mpc gekauft aber noch nicht verwenden wurden wir auch zum beispiel silber und scherben die man durch ereignis bildung oder handel erhält fallen nicht unter dieser regel und für diese scherben können silber viel silber halten in dem sie ihre gegenstände manuell an den gemischt waren händler verkaufen es wurde eine verbesserung der kaufspotermatch suche hinzugefügt die das zeiten die zeit nach nach dem match suche für als kassler gleich verkürzt ok einmal eine kurze zusammenfassung im endeffekt wir kriegen erstmal ein neues neun event pass jetzt neun belohnung wenn wir uns den morgen angucken oder donnerstag gucken uns deren spiel und mal nach ob die belohungen gut sind wie gesagt gibt wieder normal den kostenlosen den premium und den super premium super premium ist immer nur skin und wallpaper bei premium ist die doppelmenge die mal das was man schon beim kostenlosen gericht nur verdoppelt so und das sind natürlich zugeregskins dann kriegen wir einmal die skins dann kriegen wir die skins dann kriegen wir natürlich ein winter event mit auch neue inseln wo auch extra event sind auf dieser insel sind wahrscheinlich auch wieder und das task die relativ schnell sind und gut und dann kriegen wir einmal einen neuen neuen season wir kriegen neuen guardian weight mit 16 10 wir dann kriegen wir noch ein paar einfach natürlich den kontinent los halt da die ganzen belohungen daraus hervorkommen und natürlich die kontinent und das war's dann das ist der erste wollte das klingt eigentlich ziemlich geil der nächste spannende kommt dann halt am zwanzigsten wo der ivory tower aufgeht der ebis dunge und da kann man dann mit den elixien dann anfangen zu spielen mit den elixien auf episch und dann auf negativ und macht euch ganz was wenn ihr nicht 16 20 seid um den ivory tower in hart zu gehen 1600 reicht um genommen um die normale variante zu gehen und auch die epischen elixiere geben auch krassen damage boost wir sind teilweise erforderlich immer auf 16 20 überhaupt den harten zu schaffen deswegen macht euch da keinen stress macht kein formuch erst recht nicht vor weihnachten 20 ist da nächste woche mittwoch kommt das ding raus dann sind ja auch nur drei bis drei tage überhaupt wo ihr drei tage wo nichts weihnachtsmäßiges und dann gibt er weihnachten macht euch keinen stress ich wünsche euch schonmal eine gute und schöne an und guten tag ihr auch immer und wir sehen uns im nächsten video wieder oder im stream haben gerne verbrüben wenn ihr Bock habt bis dahin bau bei was an den patch notes